sali zahme nächste folge teardown äh weiß gar nicht was machen messages 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 yeah the tower gucken was hat man da jetzt heavy lifting the gps description key is a lee safe move the safe to your escape vehicle if possible also get the other safe and pick up all key cabinets das ist eine side mission egal heavy lifting side mission here we go schauen wir mal ach du okay da müssen zum boot dass meine übersicht finden hier der erste ist leicht da und wahrscheinlich ist der karte scheiß wie solchen safes self to escape der feier alarm und robert alarm boxes oh mein gott und hier muss alles hin okay da kann man natürlich nicht durch komm mal durch ein bisschen mit der mission hier aufpassen hey crap valuable okay okay kann das hier nicht super das heißt wenn ich den nehmen ist gleich vorbei schön schön auch nicht durch oh mein gott das wird das wird komplizierter habe ich das können okay der hauptdinger ist hier nebendran ist noch was ups da ist wasser okay so mal da weil lieber wenn man natürlich mit 100 okay das war alles da drüben wozu türen nehmen okay da ist sicher per alarm gesichert ich frage mich wie wir das machen sollen ich frage mich wie wir das machen sollen hu 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 falsches haus natürlich egal schadet nicht uns ein paar wege zu machen das war das haus hier wenn ich jetzt ein mod nehmen könnte da gibt es eine portal gun also ich könnte nehmen mache ich natürlich nicht hier aber es gibt tatsache eine portal gun in dem spiel die reingemoddet wurde weil aus dem workshop steam einfach runterladbar eine fucking portal gun so geil werde ich noch ein video dazu machen vielleicht wird das nächste video mal ein bisschen über die mods und so anstatt super heavy safe target wie soll ich ein heavy safe wie davon gleich so viele mit dem auto wahrscheinlich aber ja dann geht es los her shit 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 und shit wir haben laster ich will das nicht fahren ich würde können wir da hoch etwas ausprobieren ha ok das ist gut das wir könnten uns daraus ein riesen pick up dinge basteln die idee ist gar nicht so verkehrt aber was bringt habe ich keine ahnung also haben wir auch den pick up das geht doch so nicht jetzt hängt er fest ok hängt fest da haben wir auch einen und da haben wir natürlich hier mit dem kann man alles niederwälzen so einmal hier durch ok wenn wir das hier beschädigen dann ist gleich vorbei sind das leichte sachen oh das ist ein leichtes ding das geht sicher nicht mit dem safe ok also wir haben auch leichte targets dabei das ist gut zu wissen ja heavy target ja den müssen wir ziehen scheiße ok da haben wir eine heavy target ja ja vergiss das restart das wird so nix das wird so ganz und gar nix sparen wir mal noch die shotgun munition oh haben sie das tor zugemacht waren sie so schlau super na komm und durch okay wo ist denn die main target die war eben da drin da war die main target ah die bomben sind irgendwie nicht so genau schon ich hab das gefühl wir müssen die fahrzeuge irgendwie involvieren irgendwie nur wie genau da ist ein heavy target das heißt das kriegen wir da nicht durch wo 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 was bot da heavy target heavy target wir haben zwei heavy targets das heißt wenn wir hier in der mitte das positionieren können das heißt ich gucke mir die anderen drei noch an ob das alles leichte Targets sind. Wenn ja, dann können wir die holen, uns den Weg bahnen und die zwei Heavy, den Pickup am besten schmeißen. Es könnte funktionieren, glaube ich. In dem Gebäude ist der Oh, ist ja echt alles abgesichert hier. Ui. Ähm. Kommt er nicht rein? Ui. Ähm. Ich mag die Shotgun. Leichtes Target. Leichtes Target. Also, warte mal, das war ein leichtes und hier drin. Ich glaube, das war auch ein leichtes. Dann müssen wir uns auf jeden Fall wieder einen Weg bauen, dass wir da hinkommen. Hm. Letztes Mal sind wir gut hier rübergekommen. Genau, hier kann man super rüberhüpfen. Dann haben wir da, direkt. Das Target. Wo? War das unten? Ja, 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 ja. Okay. Leichtes Target. Leichtes Target. Easy. Easy. Und ich glaube, das hier war nämlich dann auch Easy Target. Sind das Problem wirklich die Heavies? Ähm. Ist 100. Oh. Haha. Okay. Dann können wir den Hammer nehmen, ne? Hallo, Eingang. Oh, nur noch 13 Munition. Äh? Es war doch... Äh. Mist, da oben. Okay, das heißt, da müssen wir ein Loch mehr links machen. Alles Easy Targets. Alles Easy Targets. Bis auf die 2. Da können wir dazwischen fahren. Gehe ich mal stark von aus. Das schaffen wir. Bei dem Rest muss ich noch ein bisschen mehr Zerstörungswut behalten lassen. So, der Abriss-Profi kommt. Heavy Targets. Okay, dann müssen wir beide da reinschmessen. Save 1. Und Save 2. Okay. Ähm. Machen wir ausnahmsweise ein Quick Save hier. Ah, wir haben nur noch 13 Schröder. Das ist echt... Kacke. Ich muss da super schnell hinkommen. Und zu dem, ja, darüber... Ich kann mir doch mein Ding spawnen. Ah, wir haben Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. Spraycrown? Nee, alles egal. Da, wir haben Bretter. Die Bretter werden uns sicher viel weiter helfen. Okay, da haben wir Ziel 1. Das nehmen wir. Und dann müssen wir direkt darüber. Ziel 2, 3. Hier ist die Frage. 4, 5, wa? Das muss so rumgehen. Ich mache mir echt Sorgen um die... Okay. Sorry. Mann, 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 Mann. Also, da will ich hoch. Fällt halt einfach runter. Ja, klar geht das nicht. Wäre ja zu schön. Aber wir müssen da hoch. Gescheit. Wir müssen da hoch. Ich kann mal wieder das Auto da holen. Ah, wollen wir mal was gucken? Okay. Also gut. Auto rüber holen. Und dann machen wir da mal Gibi. Ich bereite es mal alles vor. Und dann sind wir gleich wieder da. So. Wir sind wieder da. Ähm. Hab alles vorbereitet. Quicksafe. Unbedingt. Unbedingt. Ich hab's nicht ausprobiert. Ah, shit. Das wird so nix werden. Sowas von nix. Ah, nee. Ich hab ja da unten ein Loch gebaut. Ah. Target. Ah, Target. Also der Weg ist glaube ich gar nicht so verkehrt gerade. Der ist echt nicht verkehrt. Jetzt haben wir hier die Frage. Kriegen wir das da runter? Oh, komm, komm, komm. Scheiße, nein. Weil's an der Alarmanlage hängt. Ah, fuck. Okay. Muss mal die Alarmanlage vorher dran. Müssen wir das machen. Ähm, scheiße. Wir haben nur eine Shotgun-Munition. Alle anderen rausgehauen. Ich hab's so... Fuck. Jetzt laufe ich auch noch falsch. Hm. Also es wird wieder nix. Ich laufe hier einfach einen letzten Scheiß zusammen. Nein. Äh, kann sein, dass ich hier und da was geschnitten habe. Jetzt, weil... Das ist... Nö. Das ist ja so nervig. Aber... Hallo ist das nervig. Hm. Weil die eben so, so... Mann. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die nerven mich. Die nerven mich. Nee, du reißt sich ja doch ab. Aber... Okay. Diesmal, diesmal hat das... Kann sein, sondern echt einfach mehr. Viel mehr. Einfach viel, viel mehr. Ja, die Saves kosten ein Arsch voll Zeit. Oh, ist das knapp. Ist das knapp. Und wieder mal. Ähm, ich hab die Saves jetzt noch ein bisschen vorpositioniert, da muss ich gerade noch so an der Alarmanlage hängen. Ich hoffe, das hilft. Das heißt, da muss ich weniger schleppen. Es muss doch zu machen sein. Also, es ist sicher zu machen, sonst wären es ja keine Targets. Nur wie... 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 So. Ihr seht... Jetzt hängt der da schon ein bisschen mehr. Oh, der hängt da immer noch an. Shit. Der will einfach nicht. Und er fällt nicht mehr auf den Laster. Okay, 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 okay. Fuck. Here we go again. Es ist immerhin fair, dass man da wirklich mit dem Quicksife und so... Aber man kann sich das auch ganz schön versauen, gell? So wie ich hab jetzt keine Munition mehr und bin falsch gelaufen. Here we go again. Wie auch immer. Noch einmal. Wieder scheiße knapp alles, nur weil der Safe nicht reinrutschen will. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Okay. Hüpf, hüpf, hüpf. Und wir gehen unten rein. Target 2. Oh, die Targets. Ich laufe schon wieder falsch. Wieso? Warum? Was ist heute los? Ich will... Nicht in diese Richtung laufen. Da will ich rein. Da, 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 da ist drin. Kommen wir hier auch mit ein bisschen Zeit an. Komm, jetzt bewegt dein Arsch da rein. Und du auch. Viel besser von der Zeit. Viel besser. Aber ich weiß noch, ob es nicht immer noch so knapp ist, weil du lass das hier ganz schön langsam. Wo, 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 wo. Boah. Bam. Da, 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 da. Uh. Die kack, fucking, fuck, fick, fuck, safes. Scheiß, safes. Aber ja, der Weg war echt okay. Also, der war easy. Aber die safes. Da gehört irgendwie so ein bisschen Glück dazu, wie man es grabbt und dass es rein ist. Aber man kann es auch natürlich gut vorbereiten. Indem man da das Mauerstück einigermaßen abschießt, dass man wirklich ganz wenig Mausbewegung das Ding reinschubsen kann. Das gleiche natürlich auf der Seite. Deswegen hatte ich die safes dann doch noch ein bisschen vorverlegt. In einem neueren Versuchen. Und dann noch 18 Sekunden Zeit. Und so, huiuiui. Safes rein, raushüpfen zum Boot, gleich wieder E drücken und rein ins Boot. Time left. 1,2 Sekunden, ne? Das ist sch... Knapp. Na, da steht da der LKW. Der Hubschrauber war schon da, ne? Naja. Aber, das war die Mission. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich wünsche euch. Ciao, Zahne. Bye. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020